Zugang zu Informationen. Wir sehen es immer wieder, mein Kollege Michael Jüngerer und ich, wir stellen fest, wenn die Studierenden mehr als drei Minuten nicht mehr auf WhatsApp oder einer sonstigen Plattform sind, dann wird das lange schmerzhaft und nach zehn Minuten muss man etwas tun. Also insofern spannende Geschichte, wie geht man mit diesem neuen Medien um mit dem Zugang. Und insofern darf ich auf die Bühne bitten, Frau Sabrina Bülmann. Stellen Sie sich mal einen typischen Fernsehabend vor. Im Free-TV läuft die x-te Staffel der sogenannten Erfolgsformate. Gute Dokumentationen kommen häufig erst sehr spät und eher auf den unbekannteren Spartensendern. Und in den bekannten Online-Videotheken haben Sie schon alle guten Filme durch oder auch einfach keine Lust, schon wieder ewig nach einem Film oder einer neuen Serie zu suchen. Mein Name ist Sabrina Ullmann und ich möchte das Fernsehen revolutionieren. Mein Ziel ist es, eine internationale Premium-TV-Plattform aufzubauen, auf der die Zuschauer mehrsprachige aus zugeschnittene Programme erhalten und das, was Ihnen wichtig ist, mit anderen Menschen teilen können. Ich biete einen Online-Free-TV-Dienst mit vielseitigen Inhalten aus den Bereichen Entertainment, Weiterbildung und Berichterstattung. Die Programminhalte kommen unter anderem von Kooperationspartnern, von unabhängigen Produzenten, wissenschaftlichen Institutionen und bestehenden Videoplattformen. Die Nutzer können sich auf der Website oder innerhalb der App registrieren, mit anderen Usern in Kontakt treten und verfolgen, was andere interessiert und bewegt. Die redaktionell gestalteten neuen Sender- und Themenkanäle sind Teil des kostenlosen Angebots, welches durch verschiedene Werbemaßnahmen, Affiliate-Links, Mediaproduktionen und Partnerprogramme finanziert wird. Gegen eine monatliche Gebühr können aber auch verschiedene Zusatzfunktionen freigeschalten werden. Im Unterschied zu den Wettbewerbern basieren die Programme auf den Inhalten des jeweiligen Nutzers. Das heißt, wenn Sie einschalten, wirft bereits genau das, was Sie sehen möchten, weil Sie zum Beispiel vor Ihre Interessen angegeben haben. Durch mein Produkt verschwenden Sie viel weniger Zeit bei der Suche nach Information und Entertainment, können Neues entdecken, sich sowohl beruflich als auch persönlich weiterentwickeln und Ihre Freizeit erfüllender gestalten. Vielen Dank. Seit 18 Jahren bin ich hier in diesem Wettbewerb dabei, aber wir hatten das noch nie, dass die Zeiten so eingehalten wurden. Also ganz klar. Auf welcher Seite können wir uns da jetzt einklingen, wenn wir heute Abend unser Fernsehprogramm schon gestalten wollen nach Ihrer Idee? Aktuell leider noch gar keiner, weil ich mich noch in der Vorgründungsphase befinde. Ich werde jetzt aber im April gründen, baue gerade die Website aus. Das heißt, in den nächsten Monaten, da höre ich dann nochmal die Werbetrommel, da fahren Sie dann auf jeden Fall, wenn es so weit ist. Sehr gut. Das heißt, Sie werden uns alle informieren und dann sehen wir uns wieder im TV. Dankeschön. Danke. Danke. Danke.